Hallo, hier ist die Steffi. Liebe Comic-Cookies, ich höre euch ja für mein Leben gerne, aber Jungs, tut mir doch einen Gefallen, besprecht einfach mal ein bisschen mehr Comics von Kelly Thompson. Das würde ich euch so richtig von ganzem Herzen, ja, das Gegenteil von übel nehmen. Ansonsten, selbst wenn ihr es nicht macht, ich höre euch trotzdem weiter. Und nun, viel Spaß bei den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Ganz gemeinsam, nur für euch, so besprechen als Experiment quasi, ähnlich wie die letzten Male auch schon. Und deswegen freue ich mich sehr, heute wieder hier meine Kollegen begrüßen zu können. Hallo erstmal an den lieben Andi, den Mann mit dem dritten Kehlkopf. Servus, ja, dann habt ihr euch was Schönes ausgedacht, als Ausrede. Ebenso mit dabei der Mann, der die Nacht durchflattert, Moinsen Breedstorm. Ja, Ahoi, ihr Landratten. Und meine ganz persönliche Comic-Bibliothek ist auch mit am Starten, Moinsen Patrick. Hi. Ich bin der Andi, der Typ, der immer mal irgendwas trinkt, heute aber komplett alkoholfrei, denn ich habe vor ungefähr einem Dreivierteljahr Ginger-Bier für mich entdeckt und habe so ein bisschen Bock drauf. Worauf ich auch Bock drauf habe, ist über Comics zu reden. Haben wir eigentlich allgemeine Themen, die wir vorher besprechen wollen? Gibt es irgendwie eine News oder so? Also ich habe jetzt nichts. Ich möchte natürlich wissen, ob du Bunderberg trinkst oder was die... Exakt. Das habe ich auch vor ein paar Jahren für mich entdeckt, bin ein großer Fan. Ich glaube, ich schreibe dir mal an, ob die nicht irgendeinen Podcast sponsern wollen. Ich wäre dabei. Ich würde es nehmen. Auf jeden Fall, weil es ist eindeutig zu teuer, das Zeug. Ich trinke das auch gerne, wie ich auch Ginger Ale mag, aber es ist halt leider viel zu teuer. Das ist so für ab und zu mal. Also da habe ich nicht regelmäßig was da und dann nehmen wir halt mal zwei Fläschchen mit oder so, dass das mal sich ein Getränk gönnen. Absolut. Würde ich echt mal probieren, wenn ihr davon so schwärmt. Ich war in so einem Getränkestützpunkt, in so einem größeren und fragte den, ob die das was haben. Und dann meinte er, ja, das ist ja was, das mischt man so. Und da hat er nicht ganz Unrecht, das kippt man ja auch in Moskau Mule rein und so. Aber als Hinweis, die haben auch noch zwei, drei andere Geschmackssorten. Da war unter anderem Zitrone dabei, das schmeckt aber letztlich wie Limo. Und Blutorange, kann ich mich noch erinnern, war dabei. Aber die waren jetzt alle nicht schlecht, um das vielleicht mal so zu formulieren. So, wir haben nur einmal den Markennamen genannt, da ist vielleicht nicht ganz so krass die Werbung. Ja, lieber Patrick, fang doch mal an. Wir wollen Comics vorstellen, habe ich gehört. Welche hast du denn heute im Repertoire? Also ich habe von Splitter im Kopf von Sherlock Holmes das Rätsel der skandalösen Eintrittskarte. Und dann dachte ich, passend zum Thema schließen wir jetzt die Lücke mit der Neil Gaiman Bibliothek. Ich habe noch eine Studie in Smaragdgrün, auch vom Dantes Verlag. Das ist so ein Sherlock Holmes Lovecraft Crossover oder What-If-Szenario. Mega nice. Andi, was hast du dabei? Ich habe von Tilly Walden den Band West West Texas und von Lelay den Comic Steinfrucht. Sehr schön. Brito? Ich stelle vor, die Geschichte von einer bösen Ratte von Brian Talbot und Spiro oder die Hoffnung von Emil Bravo. Sehr schön. Bei mir gibt es heute zum einen die Miniserie Hellblazer, gefallene Engel und auch noch den Q-Konflikt, einen Star Trek Comic. Und weil wir dich so vermisst haben, lieber Andi, magst du vielleicht heute gleich mal anfangen? Das kann ich gerne machen. Und zwar mit Tilly Waldens West West Texas bei Reprodukt erschienen 2019. Im Original heißt der Band Are You Listening? Ist bei First Second erschienen auch 2019. Die deutsche Übersetzung ist von Barbara König und das Lettering von Olaf Kort. Das ist der erste Band, den ich von Tilly Walden selbst gelesen habe. Eine Comiczeichnerin, die in den letzten Jahren sehr präsent war, relativ viel rausgebracht hat und vor allem auch viel besprochen wurde, weil sie als sehr gut gilt. Wir hatten ja auch schon mal, als die Nina bei uns zu Gast war, hat sie On a Sunbeam vorgestellt, wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander werfe. Und war da ja auch sehr begeistert und soweit ich das immer mitbekommen habe, wurden Tilly Waldens Bände immer sehr, sehr gut besprochen. Und West West Texas hat mich irgendwie interessiert und habe ich den jetzt endlich mal gelesen. Es geht um zwei Frauen, eine Frau und ein Jüngere, ein Mädchen, die gemeinsam auf einem Roadtrip sind. Sie werden so zusammengewürfelt, also die starten nicht gemeinsam, aber die treffen sich dann so und sind irgendwie ein bisschen gewissermaßen beide vor irgendwas auf der Flucht und gehen dann auf diese gemeinsame Reise, sammeln eine mysteriöse Katze mit auf, die von mysteriösen Männern verfolgt wird. Und erleben einen Roadtrip der etwas magischen Art, das Ganze kommt etwas surreal auch daher, auch den Begriff magischen Realismus gelesen in Besprechungen. Also es verhält sich nicht alles nach der Physik der Welt, wie wir sie kennen in diesem Comic, auch wenn es um realistische Gefühle und Beziehungen und Identitäten geht. Und Tilly Walden arbeitet da eben dann mit literarischen Mitteln, die über den Realismus hinausgehen. Das ist ein sehr feiner Band, ich mag die Zeichnung sehr gerne, es ist ein Farbcomic auch. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass es teilweise sehr, sehr, sehr dunkel ist in der Farbe. Also da ist ein Haufen Tinte auf der Seite, sodass ich bei manchen Panels ein bisschen Schwierigkeiten hatte, gerade wenn es sehr kleinteilig detaillierter war. Die Details auszumachen, ich weiß, habe jetzt hier keinen Vergleich, ob die Originalausgabe ähnlich gestaltet ist farblich oder ob das jetzt an der deutschen Ausgabe liegt, dass die so dunkel ist, keine Ahnung. Aber an sich die Zeichnung finde ich super, es ist eher so ein Indie-Stil natürlich, relativ detailreich und fein im Strich, hat so teilweise ein bisschen was, ganz ein bisschen was von Marvel, was so ein bisschen so diesen feinen Krakelstrich eben angeht. Und ja, es ist so ein Comic, über den man, wenn man will, wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger nachdenken kann und wo man vielleicht auch beim zweiten Lesen oder beim dritten Lesen dann noch Sachen mitbekommt, die man beim ersten Mal eventuell verpasst hat. Aber mir hat der auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen, hat mir Lust gemacht, auch andere Tilly Walden Bände noch zu lesen. Kommen ja, wie gesagt, alle mit großen Vorschusslorbeeren und bin froh, dass ich den Einstieg da jetzt mal gemacht habe und kann den Band auf jeden Fall schon mal empfehlen. Wie es der Zufall so will, habe ich den digital hier und ich scrolle da gerade so durch und das ist echt hübsch. Ist alles sehr flächig koloriert, oder? Ja, kann man wohl so sagen. Das ist ja was, was ich auch gut finde. Also ich finde häufig, wenn Kolorationen zu sehr in so einen 3D-Effekt geht, stört mich das häufig. Also ich mag es eher flach koloriert und ja, also mich hat so in der Erinnerung auch so ein bisschen an Joanns Fahr eventuell erinnert, so Katze des Rabbiners und solche Geschichten. Also so in die Richtung auch so ein bisschen krakelig und flächige Farben. Das war noch so ein bisschen ein Eindruck, den ich da hatte. Und ja, also ich glaube, On a Sunbeam ist ja eher so schwarz-weiß, vielleicht mit so ein bisschen Farbgebung. Da habe ich nur mal so in diese Online-Variante reingeguckt und mehr Vergleich habe ich jetzt auch nicht. Also ich weiß nicht, wie Tilly Walden sonst so mit Farbe umgeht, also oder mit dem Weglassen von Farbe. Aber ja, ich glaube, das hast du auf jeden Fall schon mal ganz gut auch beschrieben jetzt da. Soweit ich mich ans Durchblättern von Pirouetten erinnere, dem, ja, wenn man so will, dritten großen Band, der war auch, hat eine sehr reduzierte Farbpalette auch gehabt. Das war eigentlich mehr so schwarz-weiß mit hin und wieder ein bisschen gelb, glaube ich, drin. Ja, genau ihr Ding. Willst du, sag mal, hast du da Bock drauf? Ja, durchaus. Gar keine Frage. Reprodukt schafft es immer wieder, mir auch Sachen schmackhaft zu machen, wo ich auf den ersten Blick nicht drauf geachtet hätte. Und das könnte so eine Sache sein. Muss man echt sagen, ja. Ich habe schon ein schönes Zeug im Programm. Auch nach dich die Frage, Patrick, Tilly Walden haben wir durch den Nina ja auch schon kennengelernt. Wie viele Tilly Walden Comics hast du schon gelesen? Bisher noch keine, aber ich sollte tatsächlich dem Beispiel auch von Moonfarmer folgen, der ja dann auch von Nina inspiriert sich an der Bände von ihr gegönnt hat. Es ist bei mir auch definitiv eine Lücke, wo ich mich mal ein bisschen schlau machen sollte. Also vielleicht werde ich den dann digital mal lesen. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch ganz spannend. Vor allem, wir besprechen jetzt hier den zweiten Band und ich merke so, ach verdammt, ich habe immer noch nichts von ihr gelesen. Das Gruselige ist ja auch, dass, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, sie auch erst sowas wie Mitte 20 ist und schon einige Bände rausgebracht hat, die also sehr, sehr gut wegkommen und sehr, sehr gut sind jetzt nach dem kleinen Eindruck, den ich jetzt bisher habe. Und da kann wahrscheinlich noch viel kommen. Prima. Danke für den Ausflug dahin, Andi. Lieber Patrick, magst du gleich weitermachen? Okay, also, ich habe zufällig bei Splitter im Kopf von Sherlock Holmes entdeckt, von Cyril Neron und Bennett Dahan, das Rätsel der skandalösen Eintrittskarte. Die Handlung von der Story dürfte einem sehr bekannt vorkommen. Also das ist im Prinzip von der BBC-Serie die zweite Folge, aber diese Story hat einen recht interessanten Kniff. Also es ist ein interaktiver Comic, also man ist quasi in Sherlocks vernebelten Hirn, beziehungsweise in seinem Kopf und sieht das Ganze aus seiner Sicht und dröselt den Fall mit ihm auf und setzt das dann zusammen. Und dann hat man technische Spielereien, wie zum Beispiel so Seiten, die man gegen das Licht halten muss, damit dann Spiegel umkommen. Man sieht die ganzen Hinweise und da ist es mir eingefallen, was Andi Preller gesagt hat. Bei manchen Comics hat man nicht das Gefühl, geführt zu werden. Dieser Comic führt einen durch. Also er zeigt so Hinweis 1, Hinweis 2, Hinweis 3 und er hat im wahrsten Sinne des Wortes so einen roten Faden, der einen quasi durch das Ganze durchleitet. Und dann gibt es dann eben noch so Spielereien, dass man so Seiten aneinander legt oder in der Mitte knickt. Und dann merkt, ach, das ist der Hinweis, den er die ganze Zeit übersehen hat. Also man wird hier gut geführt, ermittelt quasi schon halb interaktiv mit Sherlock Holmes. Und das ist eben auch mal die detektivische Seite von Sherlock Holmes, der im Prinzip die Vorlage von Batman ist. Also ähnlich wie bei Batman, wenn er mal nicht irgendwelche Verbrecher, also in die Karte Krankenhausreif schlägt, ist es eigentlich ein Detektiv, bei dem Batman sich sehr bedient hat. Das merkt man auch hier, also auch mithilfe dieser ganzen Gadgets, die da sind. Und niemand kann mir sagen, dass bei der BBC-Serie dieser Gedankenpalast nicht irgendwie Pate stand für dieses Buch. Aber es ist wirklich sehr schön gemacht und jeder, der mal einen weniger konventionellen Comic lesen will, der ist da wirklich gut bedient damit. Es ist wie so ein Hybrid aus dem Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes und dem klassischen viktorianischen Sherlock Holmes. Und auch Watson ist hier so ein bisschen vertrottelter, muss ein paar Experimente von Sherlock Holmes über sich ergehen lassen. Bei dieser ganzen Interaktivität gerät eben der Fall irgendwo in den Hintergrund und ist quasi nur das Beiwerk für einige Spielereien. Und trotzdem war das mal eine andere, richtig schöne Leseerfahrung, wo ich sage, ja, jeder, der Sherlock-Fan ist, kann da echt gerne mal reinlesen oder da mal reinschauen. Es ist nur jetzt nicht der Comic im klassischen Sinn und wie es sich für Sherlock gehört, ist das teilweise auch sehr textlastig. Das hätte mich jetzt nicht interessiert, wenn du von diesen ganzen Gimmicks sprichst, die letztlich sind wie diese 3D-Bücher für Kinder. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber wir haben so einen von diesen Bären, von diesem Paddington. Wenn du den aufklappst, dann kommen da wie so 3D-Gebilde raus. Da gibt es auch Begriffe für, so Faltbücher halt, ihr wisst, was ich meine. Pop-Up-Bücher. Dankeschön. Ist hier das, also das Medium-Comic, wird das ja tatsächlich einfach, wird das letztlich noch genutzt oder ist es einfach nur ein ganz tolles Bilderbuch mit Text daneben? Nee, das Medium-Comic wird genutzt. Ich sag nur, dass der Fall, an dem die ermitteln durch diese Spielereien, irgendwo in den Hintergrund gerät. Das Medium-Comic wird sehr genutzt und das ist wirklich interessant mal zu sehen, was man da für Spielereien machen kann. Und ja, teilweise ist es wirklich so klassisches Sherlock-Feeling, wenn er Watson probeweise mal auf Droge setzt. Und guckt, wie er auf Kokain reagiert. Das sind so diese klassischen, boshaften Sherlock-Comes-Momente. Und ja, es macht Spaß, es ist kein Pop-Up-Buch, aber es hat einige nette technische Spielereien, die ich so in dem Buch nicht gewohnt war. Aber wir kennen das noch von Unschlagbar oder von Mathieu, dass der auch in seinen Comics immer wieder so Gimmicks verarbeitet hat. Damit könnte man das am ehesten vergleichen. Vielleicht eine Frage noch, wie viel verlängert das denn diese Leseerfahrung? Also ich stelle mir das also vor, ohne das jetzt wirklich gesehen zu haben, du sagst irgendwelche Seiten anklappen, umklappen, irgendwie mitdenken oder so. Du hattest auch in der internen Comic-Cookies-Gruppe, die es auf Telegram und Signal gibt, geschrieben, dass es nichts ist, was man so, also das muss man schon zweimal lesen, um alles zu erfassen. Wie viel verlängern denn diese ganzen Gimmicks, nenne ich sie mal, den eigentlichen, das Leseerlebnis? Das ist ja jetzt nichts, was ich mal eben fix durchblätter, da muss ich schon irgendwie dann auch dranbleiben. So wie viel verlängert das eigentlich das Leseerlebnis? Ich würde sagen, wenn das so erfahrene, abgestumpfte Leser sind wie wir, verlängert das so circa um 20, 30 Minuten. Aber bei unerfahrenen Lesern könnte das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, nicht, dass ich da irgendjemandem unterstelle, dass die dafür zu blöd sind oder so. Aber ich glaube einfach, dass das in dem Sinne vielleicht dann für Neulinge dann fast schon ein bisschen eine Reizüberflutung sein könnte und dass die sich dann ein bisschen mehr Zeit nehmen müssten oder könnten. Hm, verstehe. Jungs, sieht's aus, fahre in die Runde. Vielleicht gerade mal direkt an Breedstorm. Sherlock Holmes, ich weiß, das ist eine Sache, die du, glaube ich, auch ganz schön geil findest. Und, Dude, das ist ja auch offensichtliche Vorlage für Batman, wie ich gerade gelernt habe, weil das ja der einzige Detektiv ist, den es auf der Welt gibt. Erzähl mal, wäre das was für dich? Ja, Sherlock Holmes, auch wieder so ein Ding, wo die Rechte frei sind wie bei Conan, wo jeder das auf seine Weise interpretieren kann, finde ich ganz gut. Kein Verlag macht damit was falsch, ne? Also, wenn er was von Sherlock Holmes bringt. Nur um das mal zu sagen, Sherlock Holmes hat auch einige Parallelen zu Batman. Also, der hat einen Antagonisten, der sehr dem Joker ähnelt. Er hat auch seine Catwoman. Und er hat so eine gewisse Vorliebe und er ist leicht traumatisiert. Also, da gibt's schon mehr Parallelen. Manchmal haben die das auch gesagt. Also, einige der Macher haben in Interviews gesagt, dass quasi dann Robin sein Watson ist. Mhm. Ja, okay, ergibt schon irgendwie Sinn. Ja, okay. Und Andi, dich auch noch gefragt in die Runde? Also, das ist eigentlich gar nicht in die Runde gefragt. Das ist mega konkret angesprochen. Andi, wie sieht's aus? Gefällt dir das? Also, der Band klingt ganz spannend. Also, gerade so dieses Gestalterische, so ein bisschen anders gemachte. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre das interessant, da mal reinzugucken, um einfach mal zu sehen, was macht das Medium da anders? Wie kann man ein Buch anders gestalten? Anders erzählen so ein Buch? Das klingt ganz cool. Und ja, Sherlock, ich bin mit Sherlock irgendwie auch aufgewachsen. Also, als ich klein war, gab's die ganzen Basil Rathbone-Filme im Fernsehen. Die hab ich dann immer gesehen. Und auch die Neuinterpretationen jetzt mit Cumberbatch oder auch die Robert Downey-Filme. Da sieht man ja auch, wie man die Figur komplett unterschiedlich auch interpretieren kann. Und dann natürlich noch diverse andere Fernsehserien und so. Also, Sherlock finde ich auch eine interessante Figur. Auf jeden Fall, wo jeder so seine Lieblingsinterpretationen haben kann von all den verschiedenen... Und Band 2 wird auch kommen. Also, da hab ich schon das Cover gesehen. Im Ausland ist der schon erhältlich. Und da wird sich dann zeigen, ob sich dieses Konzept nochmal wiederholen lässt. Oder ob es dann mit dem ersten Band abgenutzt ist. Ich bin ja immer sehr skeptisch, was das Albenformat angeht. Und wenn ich gleich über Hellblazer sprechen werde, werde ich sagen, dass ich das Albenformat hier völlig unnötig fand. Wie ist es denn bei diesem Buch gewesen, Patrick? Das ist eine in sich abgeschlossene Story. Ich weiß, worauf du nachher hinaus willst. Alben können was Schönes sein, wenn es bei abgeschlossenen Storys ist. Aber da, wo du es anschneidest, da sind es eben so dreigeteilte Storys. Da finde ich das dann unnötig. Auch wenn das dann die Zeichnung ein bisschen mehr zur Geltung bringt. Hier passt das absolut. Und das ist von der Lauflänge her jetzt auch nicht so ein 47-seitiges Ding. Sondern das ist ein bisschen umfangreicher. Verstehe. Ja, 96 Seiten steht hier. Für 28 Euro müsste ich mir Breedstone. Ja, nice. Dann dränge ich mich doch gleich mal rein und spreche über Hellblazer. Gefallene Engel. Das ist eine Miniserie. Und soweit ich das weiß, ich gucke gleich nochmal nach, haben wir hier in Deutschland bereits zwei der drei Bände der Miniserie am Start. Ich glaube, die Nummer drei kommt noch irgendwie irgendwo irgendwann. Muss ich widersprechen, da hat der René von Renés Nerd Cave auch den dritten Band schon besprochen. Ah, siehste, an der Website bestätigt das nochmal. Auch die ist schon raus. Voll gut. Die ersten beiden Wände, die habe ich hier nämlich von der lieben Nina, die wir heute schon mal erwähnt hatten, zugeschickt bekommen. Wir stehen so ein bisschen im Austausch und da hat sie mich gefragt, ob ich die nicht lesen möchte. Und hey, Hellblazer, das ist so eine Figur, sag ich mal, eine von den Figuren aus dem DC-Universum, zu denen ich wirklich noch einen relativ guten Draht habe. Ich glaube, ich habe nahezu alles gelesen, was es von Hellblazer bei DC auf Deutsch gibt. Das sind eben auch diese ganzen alten Nachdrucke von, ich glaube, Garth Ennis war es gewesen und diese ganzen Special Editions und Hardcover, die da damals bei, ja, also ursprünglich Vertigo und dann natürlich hier in Deutschland bei Panini erschienen sind. Die habe ich alle mal gelesen und mag die Figur. Generell auch bei DC, ich höre gerade so ein paar Podcasts nach, um mich da mal auf den aktuellen Stand bringen zu lassen. Und ich habe das Gefühl, da ist gerade ein ganz schönes Chaos nahezu keine, bis irgendwie doch alles Continuity ist. Ständig Restarts und Reboots und das ist schon sehr schwer. Und aus dem Grund war ich ganz froh, dass Hellblazer, gefallene Engel, hier in diesem Black Label erschienen ist. Weil das ja letztlich Geschichten sind, die man einfach so lesen kann. Weil man eben Quereinsteiger oder Gelegenheitsleser ist, meinetwegen auch Neueinsteiger. Weil auch für Neueinsteiger diese Serie relativ gut geeignet ist. Warum eigentlich? Wir erleben hier, wie der Hellblazer aka John Constantine geboren wird. Das ist ganz früh in seinem Leben. Und das bedeutet, dass da ganz viele Dinge passieren. Es ist jetzt, wer Hellblazer kennt, der dürfte wissen, dass die Mutter von John Constantine, wie er eigentlich heißt, bei der Geburt stirbt. Und dass er eine sehr schwierige Kindheit hatte. Und genau genommen setzt diese Geschichte in einem gewissen Rahmen hier in seiner Kindheit an. Und das ist insofern so, dass er halt da mit zwei Freunden, einer Mädchen und einem Jungen, streunert er irgendwie rum. Und macht seinen ersten Bann-Dämon-Beschwörungskrams. Und will halt irgendwie einen Dämon aus der Hölle beschwören. So als kleiner Junge, der das halt voll cool findet. Und dabei geht natürlich ein bisschen was schief. Und einer der drei Kinder stirbt. Also John ist es nicht. So viel soll ich mal verraten. Ach, ist der Typ. Ich verrate es nicht einfach. Das ist der Junge. Das passiert auf den ersten Seiten. Also er stirbt. Und das ist so ein Rückblick. Und dann gibt es den Schwank quasi in die Jetzt-Zeit. Und da ist es plötzlich so, dass in irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube das spielt sogar in England, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber doch, doch, bin ich mir sicher. Denn da das Taxi da von dem Chaser im Kuppel, der Taxifahrer ist, den geübte LeserInnen auch kennen dürften, das fährt da auch rum. Kurzum, in dieser Jetzt-Zeit fallen aus irgendwelchen Gründen Menschen von Himmeln und sterben. Die haben praktischerweise aber Engelsflügel auf dem Rücken. Und das ist natürlich voll merkwürdig. Und das muss man sich ganz genau anschauen. Das tut dann auch hier in dem Fall eine Kommissarin. Und ihr habt es schon geahnt, diese Kommissarin ist die dritte im Bunde gewesen, als John damals als Kind diesen Dämon beschwören wollte. Einer tot, einer Kommissarin geworden und einer zum Hellblazer. Und so kreuzen sich erneut ihre Wege. John macht da eben halt, hat er mir jetzt Bock, sich bei diesem Fall und bei den Ermittlungen zu engagieren. Und wir erleben, wie diese beiden mit Unterstützung weiterer Figuren, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, aber wer sich das Cover des zweiten Bandes anguckt, weiß ziemlich genau, wer da noch auftritt. Die erleben dann halt eben so diese Geschichte, wer da halt hinter wem hinterher ist. Und was es vielleicht auch noch mit diesem dritten Jungen, der damals gestorben ist, auf sich hat. Und das Ganze habe ich sehr gerne, sehr schnell weggelesen. Es war super unterhaltsam und ist was für echte Hellblazer-Fans. Er raucht, er ist ein absolutes Arschloch und gleichzeitig trotzdem super charmant. Es gibt zum Beispiel die Szene, dass er nach einem Abend, wo sie abends in der Kneipe waren, haben sich ordentlich zugesoffen. Er bei der Polizistin mit zu Hause schläft. Die Polizistin ist Familienmutter. Ihr Mann ist auch zu Hause und so. Und alle finden es ein bisschen schräg, dass da, also am nächsten Morgen machen sie quasi auf. Also sie wissen nicht mehr genau, wie sie nach Hause gekommen sind. Der Mann, der nichts davon wusste, dass John auf deren Couch pennt, rennt runter in das Wohnzimmer und will da jetzt für Ordnung sorgen. Schnitt. Nächste Szene. John und der Mann liegen sich quasi in den Armen. Alles voll schön. Und am liebsten würde der Mann, John, hat ihn gleich eingeladen, nochmal auf der Couch zu pennen, wenn es mal so sein muss. Was ein Beispiel dafür ist, dass John es schafft, Menschen von jetzt auf gleich zu manipulieren und nach seinem Gutdünken in Richtung und Bahn zu lenken, die er gerne hätte. Was jetzt ein Beispiel dafür ist, was John eben so tut, wenn er so Sachen tut. Das Ganze hat natürlich auch Dinge, die mir nicht gefallen haben. Also vielleicht noch sehr positiv erwähnen, muss ich übrigens. Zum einen die Geschichte von Tom Taylor und gezeichnet das Ganze von Derek Robertson. Dann haben wir auch noch eine Farben von Diego Rodriguez. Und gerade den Robertson, den kennt man, der hat sauviel Zeug schon gemacht. Also der ist bei Dings dabei gewesen. Na, sag schnell. The Boys. Ja, genau. The Boys war er am Start. Was habe ich denn hier noch in meiner Liste drin? Ganz viele. Trans-Metropolitan. Dankeschön. So, das sind glaube ich die größten. Also ein richtiger Vertigo-Veteranen, beziehungsweise Dynamite Comics ist The Boys gewesen früher, ne? Oder war das dann auch schon Vertigo? Ja, aber er war da auch der große Stammzeichner, auch wenn sie ab und zu auswechseln mussten, weil Derek Robertson wahrscheinlich wegen anderen Verpflichtungen nicht konnte. Aber er war der große Stammzeichner. Mhm. Super. Also ganz tolles Artwork, aber schon so ein bisschen auf das US-Comic-Format runtergedampft. Und aus dem Grund finde ich es irgendwie Quatsch, das Ganze hier als Album zu veröffentlichen. Das gibt diesen Comics aus meiner Sicht keinen Mehrwert. Ich verstehe, dass man das tut, weil das natürlich, Black Label ist cool, Gelegenheitsleser, kannst ein paar Euro mehr nehmen, ist natürlich hochwertiger und so. Aber hinter mir liegen noch die Comics, die mir Patrick gerade geliehen hat. Und das ist hier, ähm, äh, Batman White Knight. Nee, nee, Batman White Knight. Und der, also weißer Ritter und der Fluch des weißen Ritters, die sind auch im Black Label erschienen. Aber die gibt's hier in Deutschland, also ich hab's jetzt als Softcover vorliegen. Kurzum, das hätte ich mir hier bei diesen Hellblazer-Bänden auch sehr gut vorstellen können. Und die andere Sache natürlich, wir haben hier drei etwas längere zwar, also 52 Seiten hat ein so ein Band. Letztlich ja drei Bände, die eine Geschichte erzählen. Aber alles, was es hier so an Wendungen und Überraschungen so gibt, also richtig krass überraschend und Wendungen ist es irgendwie dann nicht, ne? Wenn dann am Ende des Bandes so ein bisschen dieser Twist kommen soll, aber es im Endeffekt ja nur eine Handvoll Charaktere gibt, die überhaupt in dieser Handlung mitspielen, dann ist die Überraschung, wer jetzt hier vielleicht der Gute und der Böse ist und wer welche Strippen gezogen hat, jetzt auch nicht so krass. Und das ist auch nicht schlecht. Ich möchte diese Comics also allen Einsteigern empfehlen, allen Gelegenheits-John-Constantine-Lesern und vor allem auch eigentlich allen Fans, die bereit sind, was zu lesen, was sie vielleicht nicht absolut überraschen wird. Ja. Du hattest den ersten Band, glaub ich, gelesen, Patrick, oder? Mhm. Ja, mir ging das eben auch ein bisschen auf die Nerven, beziehungsweise es ist für mich so das große Black-Label-Problem, dass ich da nicht glaub, dass die Storys gedrittelt werden müssen. Im Prinzip wirkte dadurch Konstantin eher wie so eine Supernatural-Staffel oder so. Bei Vertigo hat damals komplette Storylines veröffentlicht, die umfangreicher waren, die auch mal 140, 150 Seiten hatten. Also merkt man da schon, dass da wahrscheinlich so das Geld dafür gesorgt hat, dass die das dann im großen, schönen Alben-Format rausgebracht haben. Dass du dann eben auch, wie im Fall von Die Drei Joker, wirklich 12 Euro mehr zahlst und dann überlegst, greife ich jetzt nicht eher zur US-Ausgabe, wo du das dann billiger hast, in ein Band gebündelt. Und das haben wir ja jetzt auch mit der Rorschach-Serie gemacht, mit der Harley Quinn-Serie und mit Die Drei Joker, dass die da diverse Storys eben gedrittelt haben. Ich finde, das widerspricht diesen Vertigo-Charme, den es früher hatte, dass man da mit komplexen, in sich abgeschlossenen Storys rausgegangen ist. Auch wenn die Storys qualitativ nicht schlechter sind deswegen. Weil ich komme mir da trotzdem ein bisschen verarscht vor. Ja, ich habe den dritten Band hier digital nämlich gelesen, auch vor Mixology dann. Und das hat dem Lesevergnügen keinen Abbruch getan. Also, wie gesagt, das hätte es hier auch als großer Sammelband getan, finde ich. Das hätte natürlich preislich vielleicht was anderes hergemacht. Aber hey, es gibt ja diese Albenfans genau. Wie auch den, weiß nicht, also der Britsop ist auf jeden Fall Albenfan. So viel weiß ich. Ich weiß nicht genau, wie deine Meinung zu Hellblazer ist. Ja, ich habe eine sehr gute Meinung zu Hellblazer. Die alten Sachen habe ich alle gelesen. Bloß, wie gesagt, als das dann ins normale DC-Universum integriert wurde, hat es mich leider verloren dann. Also, da war ich durch. Da bin ich sogar bei dir. Eine Zeit, wo er ins Superhelden-Universum integriert wurde, da ist es mir dann zu gewöhnlich geworden. Ich mag eher diesen rauen Konstantin, der in der Kindheit beziehungsweise als Baby seinen Zwilling quasi absorbiert hat, weil er so ein dominantes Arschloch ist. Also, gerade dieses ambivalente mag ich ja mit ihm. Und mit seinem Zugang in die Rebirth-Reihe ist er halt ein sehr gewöhnlicher, rauchender Detektiv geworden. Ich weiß nicht genau, Andi, wie deine Meinung zu Hellblazer ist, aber ich weiß ziemlich genau, wie die zu Vertigo ist. Wie sieht es denn aus? Was ist das für dich? Kannst du dir vorstellen, reinzublicken? Hast du da ähnliche Bedenken wie die Jungs? Also, John Konstantin ist definitiv eine der Figuren, die für mich Vertigo damals mit ausgemacht haben. Großer Fan. Die lange Zeit auch abonniert gehabt. Die US-Hefte. Zu einem bestimmten Zeitpunkt halt. Also, das ist jetzt auch schon lange her und ich habe schon lange keinen mehr gelesen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich halt auch quasi Autoren zu der Zeit gelesen habe. Also, mir ging es auch darum, wer schreibt das Ganze und bin dann damals ausgestiegen, als Mike Carey das übernommen hat, weil ich da mit dem Stil in der Serie dann nicht mehr so klargekommen bin. Das heißt, ich habe halt zu der Zeit gelesen, als Gareth Ennis, Warren Ellis, Brian Azzarello das geschrieben haben, eingestiegen bin ich damals mit Paul Jenkins und Sean Phillips, als Sean Phillips Hellblazer gezeichnet hat. Und da bin ich zum Sean Phillips-Fan geworden. Und ich habe danach dann aber tatsächlich nichts mehr gelesen, was dann rausgekommen ist. Also, so diese ganze Vertigo-End-Phase eben ab Mike Carey und die Menschen, die danach noch kamen, habe ich nicht mehr gelesen. Und als ich dann mitbekommen habe, dass dann eben, ich glaube, das war so im Zuge von dem New 52 oder so, glaube ich, in dem ich recht entsinne, wo Hellblazer dann auch ins normale DC-Universum rüber ist, das war dann erst recht nicht mehr das, was mich irgendwie interessiert hätte. Also, von daher kann ich zu diesen ganzen, für mich jetzt neueren Sachen auch gar nicht irgendwie was sagen. Aber so mit einem halben Auge schaue ich schon, wenn ich mal irgendwas mitbekomme, was sich da so tut mit der Figur. Aber auf dem Laufen bin ich nicht. Ich habe damals tatsächlich auch ähnlich, ich habe das ja alles gelesen, auch die New 52-Sachen habe ich gelesen, kann das bestätigen. Die haben den dann voll runtergedampft und das ist einfach nur noch ein Typ gewesen, der ein bisschen zaubern konnte und hin und wieder einen blöden Spruch gerissen hat. Aber das war nicht mehr der Hellblazer. Und das hier kommt diesen Vertigo-Sachen, die ich auch kenne, die habe ich, wie gesagt, nachträglich gelesen als Hardcover, so nah wie nichts anderes, was ich seitdem von der Figur gelesen habe. Das ist zum Beispiel auch, auch wenn das ja nicht alles ist, was die Figur auszeichnet, aber du siehst halt, wie so ein Typ, der halt diese Engelsflügel auf dem Rücken hat und vom Himmel fällt, nachdem er aufgespießt worden ist von der Spitze einer Kirche, halt da runterfällt, auf den Boden flatscht und überall das Blut hinsplattert. Und das habe ich so explizit in den normalen Hellblazer, also normalen, in den sonstigen Hellblazer-Comics von DC, die ich noch gelesen habe, nicht gesehen. Dann müsstest du die von Graf Ennis lesen. Wie gesagt, die alten Sachen habe ich alle nachgeholt. Sehr gut. Das zu Hellblazer. Vielen Dank. Dann machen wir doch mit dir weiter, lieber Breedso. Also ich habe mitgebracht die Geschichte von einer bösen Ratte von Brian Talbot. Und zwar ist das schon ein älterer Comic aus der Rubrik Günstig und geil und ist erschienen 2000 im Verlag Comic Plus. Comic Plus, ein Verlag, der eindeutig mit dem Namen Eckart Sackmann zu verbinden ist, wie man auf vielen Messen immer mal wieder sieht. Der Band ist bei den gängigen Gebrauchtportalen für zwischen 3 und 4 Euro zu erhalten und ja, für 136 Seiten im Hardcover mit einem schönen Bonus-Teil kann man da absolut nichts falsch machen. Worum geht es in dem Band? Es ist die Geschichte von der 16-jährigen Helen Potter. Die ist nämlich von zu Hause ausgerissen und sitzt in einem Bahnsteig in London und bettelt um Geld, weil sie ist obdachlos. Warum sie damals ausgerissen ist, wird noch nicht klar, aber sie steht dann auf, geht zu dem Bahnsteig und schmeißt sich vor die S-Bahn oder für die U-Bahn. Es ist allerdings nur ein Traum, den sie hat, also eine Vorstellung, wie das mit ihrem Leben jetzt weitergehen könnte, denn sie ist sehr verzweifelt, sie ist noch, wie gesagt, sehr jung, kennt keinen in London und hat absolut Hunger und kein Geld. Dabei hat sie noch eine Freundin von ihr und zwar ist das eine kleine Ratte in schwarz-weiß gehalten, die in ihren Klamotten mit ihr lebt und ihre Begleiterin ist, mit der sie sich gelegentlich dann auch unterhält. Wie man sich es vorstellen kann, in den 90er Jahren, denn der Band ist Mitte der 90er Jahre erschienen, bei Dark Horse, in London geht es da auch sehr dreckig zur Sache, schnell trifft sie auf Menschen, die sagen, oh, diese kleine junge blonde Dame, das wäre jetzt genau das Richtige für zwischendurch und es kommt zu einen unschönen Szenen. Sie kommt dann letztendlich zu einer Gruppe von anderen Obdachlosen, Jugendlichen, die sich in so eine Art, wie so ein besetztes Gebäude niedergelassen haben und sich ihren Alltag mit allerlei Kriminalität verdienen, aber wir merken schnell, dass Helen immer große Ängste hat, wenn es um körperliche Nähe kommt und da kommen wir zum springenden Punkt des Bandes, denn Brian Talbot hat dem Band eigentlich geschrieben, um auf die Problematik von Kindesmissbrauch hinzuweisen und je mehr sich diese Geschichte fortentwickelt, merken wir den Grund, warum sie ausgerissen ist, nämlich weil ihr eigener Vater sehr zudringlich wurde und ihre Mutter da nichts gegen unternommen hat. Ein absolut wichtiges Thema, was damals erörtert wurde und sehr anschaulich auch dargebracht hier, nicht immer schön, aber wirkungsvoll eingesetzt, das ganze Thema. Wie die Helen Potter dann aus dieser Geschichte rauskommt, müsst ihr selber lesen und also ich kann es wirklich mit vollem Herzen empfehlen, es ist ein wichtiges Thema, es ist absolut gut gezeichnet, der Brian Talbot hat danach noch viele andere Sachen gemacht, er hat zum Beispiel Sandman hat er einiges gemacht, er hat Fables gemacht, er hat vorher hat er schon bei 2000 AD Sachen gemacht, wie Judge Dread, Slain und ähnliche Sachen und das ist ja genau mein Beuteschema und so sieht diese ganze Optik von dem Band auch aus, er ist voll koloriert, von ihm selber mit realistisch gezeichneten Figuren, die so leicht, wie soll ich das sagen, so leicht niedlicheren Touch haben, also so leicht abgerundet gezeichnet sind, würde ich sagen, ich kann es nicht genau beschreiben, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und sehr, sehr eindrücklich und die Figuren haben oftmals den Eindruck, als würden sie wirklich existieren, sie haben sehr umfangreiche Gesichtsausdrücke, was bei einigen Zeichnern dann doch ein bisschen ins Hintertreffen gerät, gerade so im Superheldenbereich, da gibt es ja oftmals nur zwei, drei Posen, die immer wieder gerne wiederholt werden und er hat es hier sehr gut geschafft, wie hat er das geschafft? Er hatte reale Vorlagen, also er hatte Leute, die er kennt, zum Beispiel für die Protagonistin und die hat er sich als Vorbild genommen und das merkt man auch. Das Ganze wird auch aufgelöst im Anhang, wo es ein umfangreiches Interview gibt, es gibt Kartenmaterial zu späteren Schauplätzen, wo sich die Story entwickelt und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, natürlich das Ganze abgerundet wird noch mit Telefonnummern für Hilfseinrichtungen etc., die werden jetzt natürlich nach 22 Jahren wahrscheinlich nicht mehr alle so besetzt sein, aber wie gesagt, jeder hat Internet, wenn es jemanden gibt, der von sowas betroffen ist, Thema Kindesmissbrauch, gerade in der eigenen Familie und es ist leider so, dass sehr oft das Thema Vergewaltigung, was ist, was nicht unbedingt mit einem Fremden stattfindet, sondern sehr oft aus der eigenen Familie, Väter, Onkel etc., dann wendet euch wirklich an Hilfe. Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema und das, hat das auch helle Momente oder ist man eigentlich alles immer schlimm und traurig? das hat sehr helle Momente und also die ganze Koloration ist äußerst bunt, aber auch schöne Erlebnisse, wenn du das meinst. Das ist jetzt kein Depri-Comic, wo du wirklich rausgehst und erst mal zwei Stunden danach weinen musst, sondern es dient auch zum Mutmachen halt. Aber natürlich es wird schon, die Thematik wird schon angesprochen und thematisiert. Du hast auch gesagt, das wird auch teilweise explizit behandelt. Ja, also du siehst keine Details, aber du weißt schon sehr genau, um was es dann bei der einen oder anderen Sache geht und gerade der Vater ist schon sehr widerlich dargestellt, aber das liegt jetzt weniger, dass man irgendwelche sexuellen Handlungen sieht, sondern es liegt mehr so an seinen Gesichtsausdrücken. Also da haben es einen richtig schönen alten Säufer gezeichnet, wie man sich das wirklich in so einem Albtraum vielleicht auch vorstellen mag. Die Genialität dieses Bandes wurde übrigens auch mit einem Eisner Award ausgezeichnet, also der Reprint, die gesammelte, wurde 96 mit einem Eisner Award ausgezeichnet. Also auch da wieder sehr gute Unterstützung auch für das Thema natürlich und für Brian Talbot. Das Cover, das ich jetzt ja nur kenne, weil ich hier echt leider aber sicher nichts vom Artwork finden kann auf die Schnelle, erinnere mich auch ziemlich an Terry Moore. Gibt es da irgendwelche Parallelen? Terry Moore ist weniger detailliert von seinem Zeichenstil, ganz eindeutig. Das Cover ist natürlich ein Zusammenschnitt von verschiedenen Panels. Sie haben sich offenbar dagegen entschieden, Bilder von der US-Ausgabe zu nehmen, weil sie glaube ich schon auf den Cover so ein bisschen den Weg zeigen wollten, in welche Richtung dieser Band geht, weil die anderen, die Heftcover, die sind alle sehr, auch sehr hell natürlich gehalten und es ist auch gern mal diese Ratte drauf, mit der sie sich gerne unterhält und das war denen glaube ich zu bunt, um auf so ein Thema hinzuweisen. Da hat wahrscheinlich der Name des Bandes, der auch eins zu eins übersetzt wurde, nicht gereicht. Auf diesem Cover sieht man auch dieses, diese Gesichtssilhouette, dieses rote, das wird dann wahrscheinlich der Vater sein. Das ist der Vater, ganz genau. Also für das, was es, ich sehe gerade auf einem gängigen Gebrauchtportal steht es für 3,28 Euro, ich nehme das auf jeden Fall mit. Das werde ich mir auf jeden Fall in den Warenkorb setzen. Das klingt für mich echt wie so eine Mischung aus Ratatouille und Missbrauchsdrama. Ja, das ist kein angenehmes Thema, aber wie du es schon gesagt hast, den Leuten muss schon aufgezeigt werden, dass da auch Hilfe da ist und dass die die geboten kriegen. Deswegen denke ich, ist der Band in der Hinsicht schon sehr wichtig. Ja, gerade, also wir hatten es ja eben mit Hellblazer, wer da die 90er Sachen mag oder alles von damals von Dark Horse oder wie gesagt Vertigo, der kann hier überhaupt nichts falsch machen. Das ist wirklich, genau so sollten Comics sein. Genau so sollten Comics sein und deswegen finde ich den sehr interessant. Andi, wenn es da jetzt heißt, der hat einen Eisner Award gewonnen und du vielleicht vorher von dem noch nichts gehört hättest, würde dich das zum Kauf animieren? Also rein nur die Aussage, der hat einen Eisner gewonnen, das reicht mir jetzt noch nicht, um Interesse zu wecken. Da muss ich über einen Comic schon noch mehr wissen. Preis alleine, das reicht dann nicht. Aber ich kenne den Comic, ich habe den damals gelesen und Brian Talbot war, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, war beim Comicsalon in Erlangen damals, hat einen Vortrag gehalten über den Comic auch, den habe ich gesehen. Das ist einer der spannendsten Vorträge, die ich überhaupt jemals gesehen habe, an den denke ich heute noch häufig. Der hat auch mit beeinflusst, wie ich Comics lese und wie ich Comics anschaue, weil Brian Talbot da sehr detailliert darüber gesprochen hat und auch anhand von Bildern gezeigt hat, wie er grafisch erzählt, also wirklich so, wie ist die Panelstruktur angelegt, wie ist mit Farbe eingesetzt, wie funktionieren Linien auf der Seite, um das Auge zu führen, der Einsatz von Rot, um quasi so die Gefahr und das Böse darzustellen und all solche Sachen. Also das hat mir damals für einen bestimmten Aspekt beim Comic gelesen auch die Augen noch weiter geöffnet, worauf man noch achten kann, was man sich noch anschauen kann und so. Also wenn Leute sagen, ich kümmer mich um Details, die keinen interessieren, da ist unter anderem Brian Talbot auch da mit dran schuld. Was den Zeichenstil angeht, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, das ist schon, Breedstorm, verwäss mich, der Comic, die Protagonistin, die liest Beatrix Potter, ne? Ne, also die heißt Helen Potter und die Autorin, die da drauf ange... Es gibt eine Autorin, eine britische, die sehr bekannt ist, die heißt Beatrix Potter und auf die wird regelmäßig Bezug genommen und also ja, im Prinzip sagt euch das nichts, aber sie kommt dann im Laufe der Story auch in die Gegend, wo die Beatrix Potter gewirkt hat. Genau, ich meinte auch nicht, dass die Protagonistin Beatrix Potter ist, ich dachte, sie liest Bücher von Beatrix Potter, also Beatrix Potter, eine Kinderbuchautorin und Illustratorin so aus der Jahrhundertwende, 19. 20. Jahrhundert und da hat Brian Herbert eben auch viel Einfluss hergenommen von den Illustrationen und hat das sowohl in den Zeichnungen als auch in der Geschichte irgendwie so mit reingewebt, also das ist ganz spannend, so dieses Intertextuelle, also ja, ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Comic, da gebe ich Breedstorm auf jeden Fall Recht. Schlag dazu, Leute. Ey, für 99 Cent plus Versand habe ich den hier gesehen, das ist ja, ist ja geschenkt. Alter. Ja, nice, wenn ich kauf, das selbst schuld. So, wir haben angefangen mit dem Andi und deswegen sind wir jetzt in Runde Nummer zwei, die er wieder starten wird. Kommen wir zu einem weiteren, etwas neueren Comic, den aber auch die Fachpresse schon gelobt und besprochen und für preiswürdig erklärt hat und ich einfach nochmal wieder später dran bin, den Comic Steinfrucht von Lilae, der Band ist im Deutschen erschienen bei Avant und zwar letztes Jahr, 2021, in den USA heißt er Stone Fruit, einfach übersetzt bei AM Book oder M Book, 2020 übersetzt ist er von Henrike Markert und das Lathering ist von Tinet Elmgren. Wie gesagt, so ein Företung Liebling, ist ein sehr guter Comic, kann ich auch gleich schon mal vorne wegschieben, auch einer, der so eher in die literarische Richtung geht, menschliches Drama, kein Genre Comic, ist formal sehr strukturiert gehalten, sag ich mal, also es sind immer so vier mehr oder minder quadratische Panels pro Seite, also hält sich relativ strikt an so einen Raster, schwarz-weiß gehalten mit teilweise so ein bisschen Schattierung, Farbschattierung mit drin, aber es ist jetzt nicht farbig, wie es jetzt bei Tilly Walden vorher in der Fall war und es geht um zwei Frauen, es geht also um ein lesbisches Paar, eine Frau davon ist eine Transfrau und die andere Frau hat eine Schwester und die Schwester wiederum hat eine Tochter, also Familienkonstellation, also es geht jetzt um dieses lesbische Paar und die treffen sich, ich glaube so zweimal die Woche mit dieser Nichte, die ein kleines Mädchen ist und passen auf die auf und spielen mit der und tollen durch die Gegend und haben da eine sehr freudige Zeit immer miteinander, es entwickelt sich aber im Laufe der Zeit so gewisse Spannungen, also zum einen hat die eine Frau Spannungen mit ihrer Schwester, weil ihre Schwester das immer irgendwie so ein bisschen komisch mit beäugt, dass ihre Tochter dann eben auch mit dieser Transfrau da so Kontakt hat, das belastet auch die Beziehung dieser beiden Frauen, also sowohl die Beziehung mit der Schwester als auch die Beziehung zwischen diesen beiden lesbischen Frauen und die Transfrau kommt aus einem sehr religiösen Haushalt, also hat da schon, wie man sich vorstellen kann, einen schweren Stand gehabt, also hat wenig Kontakt zur eigenen Familie, da gibt es noch eine Schwester und eben die Eltern und ja, diese ganzen Spannungen in dieser Beziehung zwischen den beiden Frauen führt also dazu, dass die Transfrau dann auch sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand von der ganzen Situation, ich gehe jetzt erstmal wieder zu meinen Eltern zurück und muss da auch mal mit meiner eigenen Vergangenheit irgendwie mal aufräumen und abschließen und gucken, wie das so läuft und in dieser Trennungsphase sieht man das dann eben so ein bisschen parallel erzählt, dass eben die eine Frau sich dann so mit ihrer Schwester auch mal eben ausspricht, was da so das Problem ist und die sich wieder so ein bisschen annähern und die andere Frau dann eben in ihrem Elternhaus und mit ihrer jüngeren Schwester versucht dann wieder klar zu kommen und wie das dann eben so funktioniert eben oder auch nicht funktioniert im jeweiligen Fall und wie oder ob dann diese Frauen am Ende auch wieder zusammenkommen oder wie die dann Beziehung es geht um den Umgang mit lesbischen Frauen mit Transfrauen all diese Geschichten Umgang auch mit dem Kind wie da so die Beziehung ist und was das auch so bedeutet auch ein Comic den man wahrscheinlich mehrfach lesen kann um so alle Details mal zu durchdenken auch jetzt nicht zwingend muss also der lässt einen jetzt nicht ratlos zurück nach dem ersten lesen aber hat auch eine gewisse Tiefe die wahrscheinlich schon auch mehrfaches lesen auch durchaus ermöglicht ja also wie gesagt eh schon hochgelobt muss ich jetzt nicht noch wahrscheinlich groß anpreisen viele werden den vielleicht schon gelesen haben oder zumindest schon mal was davon mitbekommen haben aber für diejenigen unter den HörerInnen die den vielleicht noch nicht mitbekommen haben kann ich den auf jeden Fall auch empfehlen Steinfrucht von Lilay Lilay auch eine sehr junge Zeichnerin ich glaube das wenn ich richtig im Kopf habe der erste Comic den sie veröffentlicht hat oder zumindest der erste größere ist auch eine junge Dame ursprünglich Australien lebt mittlerweile in Kanada und ja ist so in dieser Montreal Comic Zeichner Szene mit verortet das ich habe beim durchklicken des Artworks das ist ganz faszinierend weil er immer so parallele Striche auf den Figuren macht also da wo er weinem Falten oder sowas andeuten möchte also Kniekehle aber generell auch vermutlich um darzustellen dass die Haut halt nicht rein und perfekt und jung und straff und geil ist sondern dass einfach echte Menschen sind finde ich absolut faszinierend das hat das hat aber auch das hat er generell oder sie hat das generell im Artwork mit drin auch wenn ich hier zum Beispiel in der Leseprobe klicke da laufen sie durch den Wald ist generell gerade hier eine fantastische Szene das sieht nicht alles ganz naturell aus aber auch da ist das mit drin das ganz faszinierend wird da irgendwas mit gemacht wie ich es nennen soll Strichen Parallelstrichen ich bin jetzt nicht sicher was du mit diesen Parallelstrichen genau meinst also was jetzt diese das was du gerade angesprochen hast dass es nicht so realistisch ist diese Monsterzeichnungen also das sind immer diese Szenen wenn diese drei zusammen also das Frauenpärchen und diese Nichte wenn die so miteinander in der Natur toben und darin vollkommen aufgehen und da auch eine gewisse Art von Harmonie die sich in so einer Welt miteinander befinden die nicht belastet ist von den kaputten Beziehungen zu anderen Familienmitglieden etc dann kriegen sie so diese Monstergesichter wie man das interpretiert da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Möglichkeiten also kann man auch in verschiedenen Rezensionen nachlesen manche gehen darauf ein manche nicht gibt es Interpretationen dazu mich hat der Stil erinnert weil er teilweise auch so also er ist nicht so richtig realistisch da ist teilweise kommen die Figuren auch schon so ein bisschen deformiert daher also es ist ja wie gesagt schwarz-weiß gehalten meist nur mit wenigem Farbeinsatz auch auch relativ dünner Strich mich hat so ein bisschen erinnert an frühen Arne Bellsdorf oder oder so ein bisschen die Richtung Charles Burns amerikanischer schwarz-weißer Indie Comic eben das spricht mich auch an das ist ein Stil den ich gut finde was genau du jetzt mit diesen Parallellinien meinst weiß ich jetzt leider nicht ich habe den Comic jetzt auch nicht da deswegen kann ich jetzt auch nicht direkt nachgucken deswegen kann ich die Frage leider nicht so gut beantworten doch das kannst ich werde jetzt Beispiel also es ist genau genommen in jedem einzelnen Panel auf der ein Mensch zu sehen ist siehst du irgendwo auf dem Körper mehrfach das werden teilweise schon echte Falten sein halt so Striche immer drei immer auf dem Arm auf der Brust unter der Brust auf dem Rücken wo auch immer und teilweise kann ich die nachvollziehen teilweise ist das halt einfach die Falte in der Achsel oder die Falte unter der Brust oder so aber teilweise absolut gar nicht und da frage ich mich warum ist es so ich kann das erklären also immer drei sie sind ein Lehrer und zwei Schüler danke vielleicht ist auch von Adidas gesponsert ich sehe die Linien die du meinst mir ist das jetzt nicht so aufgefallen wie du es jetzt beschrieben hast ob die jetzt speziell Sinn ergeben oder nicht Sinn ergeben ich habe das jetzt einfach tatsächlich mal als Falten quasi hingenommen danke für diesen wertvollen Austausch ja nice ja top haben wir es auch gelobt sehr gut gibt es eigentlich so eine Art Comic IMDB wo man reinschreiben kann wenn man was besprochen hat und dann machen wir da so eine Art so eine Art Abzeichensammeln draus wie bei den Pfadfindern und wer dem na egal ich denke gerade laut nach und ich habe kein Alkohol getrunken müssen wir mal überlegen die Rezensions IMDB für Comics brauchen wir noch lieber Patrick it's your turn ok also ich habe hier vom Dantes Verlag eine Studie in Smaragdgrün also bevor das alles angefangen hat mit den Rezensionen die wir hier von Neil Gaiman gemacht haben habe ich diesen Band schon im T3 quasi nähergelegt bekommen es ist wie eigentlich alle Bände aus der Neil Gaiman Bibliothek eine Comic Adaption von einer Neil Gaiman Kurzgeschichte wurde hier von Ralph Albuquerque gezeichnet den könnte man auch als Zeichner von Batman Allstar Batman also diesen neueren Allstar Batman kennen und Raphael Scavone Dave Stewart hat da die Kolorierung gemacht der ist immer sehr markant und hat verleiht dem Ganzen einen sehr eigenen Touch also der hat auch bei Hellboy oder bei Weltraumkekse auch seine Kolorierung beigetrankt die sorgt viel für die Atmosphäre es geht hier um einen Sherlock Holmes der im viktorianischen Zeitalter spielt aber in so einer Art What-If Szenario also was wäre wenn die Alten also die übernatürlichen Mächte schon längst die Kontrolle über die Welt angenommen hätten und so langsam auf einen Weltuntergang zusteuern würden Watson ist hier nach wie vor ein Vietnam Veteran beziehungsweise nee ein Afghanistan Veteran und er hat in Afghanistan anscheinend auch schon Cthulhu gesehen der hat ihn berührt und dieser Watson der auch diese Story erzählt ist schon ein bisschen dem Wahnsinn verfallen wie man es von Cthulhu kennt wenn man diese mächtigen großen Wesen sieht oder sie einen berühren dann wird man so ein bisschen wahnsinnig und er hat davon auch noch so eine Art Kriegsverletzung davongetragen und beide erleben an einem Tatort wie da jemand umgebracht wurde mit grünem Blut also es ist wirklich eine der alten Quellen also quasi so ein Mensch Tentakel Hybrid deswegen auch das grüne Blut deswegen auch eine Studie in Smaragd Grün also eine von den großen alten und wir haben dann immer wieder auch so kleine Einblendungen in Form von Werbereklamen es gibt hier auch Theaterstücke die manche Lovecraft Stories nachspielen und die Ankunft der Alten quasi nochmal mitteilen oder ein Dr. Jackal Dr. Jackal und Mr. Hyde machen hier quasi wir werben einen Puder das einen unter der Persönlichkeitsstörung heilen könnte und ich finde das Ganze hat eben durch diesen Sherlock Lovecraft Mix wirklich so einen schönen What-If Vibe der auch dafür gesorgt hat dass das Ganze als Brettspiel noch rauskam weil das so viel Potenzial hat und diese Story ist auch preisgekrönt Ja geil das ist auf jeden Fall ein Comic den haben so gefühlt echt schon tausend Leute besprochen und den fanden sie auch alle ganz schön gut und auch das wieder so genau wie bei dem anderen Sherlock Ding ich merke schon ich bin hier selbst auf einer guten Speisenspur ist wieder so einer wo du glaube ich zum einen ganz viele Anspielungen drin hast ich glaube was ich mal gehört habe bei den Mädels vom Comic Klatsch ist dass der voll gestopft ist mit Anspielungen auf was auch immer ich denke mal andere Sherlock Geschichten und auch dass man den halt eben auch wieder nicht nebenbei lesen kann den kann man nicht nebenbei lesen aber wie bei allen diese Bände von Dantes Verlag ist auch ein Glossar also du verstehst das auch wenn du da jetzt nicht großartig mit Lovecraft oder mit Sherlock bewandert bist im Prinzip ist es ja eine Adaption von einer Studie in Scharlach Roth also dem ersten Sherlock Holmes Fall deswegen ist das hier auch die erste Begegnung von Sherlock Holmes und Watson gerade durch dieses Szenario gibt es dann unterschiedliche Parallelen dass zum Beispiel ein Moriarty jetzt auf einmal auf Seiten der Guten ist und Sherlock dadurch dass er eben einen Mordfall an diesen Wesen aufklären muss steht plötzlich auf Seite der Bösen da gibt es dann interessante Verschiebungen die will ich nicht alle aufdröseln aber da gibt es wirklich einiges zu entdecken aber das ist jetzt nicht so dass man das großartig kennen müsste eben weil du dann wie in einem Heldencomic quasi so Sternchen unten hast und dann wird hinten auch das Glossar verwiesen also man kann das alles nachschlagen das ist relativ sagen wir mal auch konsumfreundlich also selbst wenn du da absolut nicht mit der Materie drin bist es lässt sich auch ohne diese Kenntnisse eben wie ein viktorianischer Fall lesen aber dieser große What the Fuck Moment kommt dann wirklich wenn man sich dann eingelesen hat oder wie ich Diverses von Sherlock oder auch Lovecraft gelesen hat das ist ja der Verkaufsschlager bei Dantes Verlag ich kenne die Jungs ja so ein bisschen habe mit denen ja auch zwei Tage in Erfurt verbracht und Abend eben auch das ist halt wirklich also keine Ahnung wie viel der Auflage inzwischen bei denen läuft ich habe ich habe noch die erste Auflage und das ist zusammen mit nur wieder das Ende der Welt lustigerweise auch was mit Lovecraft Bezug so meine zwei Lieblingsbände bisher aus der Neil Game Bibliothek seltsamerweise Der hat ja schon ein paar Tage auf dem Buckel das ist jetzt wirklich eine offene Frage an Andy und Breedstorm hat ihn einer von euch beiden noch gelesen? Ich habe die Kurzgeschichte gelesen ich habe nicht den Comic gelesen Ich habe es auch nicht gelesen das käme aber zweifellos auch in Frage Ich glaube auch bei diesem Brettspiel dass es dazu gibt dass dann wie bei vielen dieser Lovecraft Spieladaption dass es dann die Charakterfunktion gibt dass die Leute wahnsinnig werden können soweit ich das mitbekommen habe soll das Spiel nochmal mehr diesen Lovecraft Mythos ausschöpfen weil es sonst kein Brettspiel ergeben hätte Ja cool also ich habe ein bisschen Angst ich bin ja sehr einfach gestrickt und deswegen glaube ich ist das manchmal für mich alles ein bisschen komplex und dann noch Glossar lesen schreckt mich eher ab Das Glossar ist der drei Seiten also so komplex ist es in dem Fall gar nicht mal Okay Dann kommen wir jetzt zu einem Comic der ist ein bisschen einfacher der ist auch ein bisschen absurd und der ist auf jeden Fall volles Rohr Star Trek Star Trek ist ja jetzt nicht per se ein einfaches Franchise ganz im Gegenteil gerade die alten Serien zeichnen sich dadurch aus dass sie immer noch mehrere Ebenen haben und selbst schon die Enterprise Serie die sicher noch zu einer ganz anderen Zeit lief als heutzutage hatte schon mehrere Ebenen drin auch politische Aussagen und war immer relativ komplex spätestens mit The Next Generation war dann auch ein philosophisches Level erreicht das viele Fans bis heute an diesem Franchise lieben ich selbst hab glaube ich alles gesehen was man so sehen kann find nicht alles toll hab jetzt erst die Tage bis zur aktuellen Staffel von Star Trek Discovery durchgebinged bin da auch alles andere als angetan und hatte Bock mal wieder auf naja sagen wir wie es ist echte Star Trek und hab mich deswegen einfach mal an Comics versucht vor einiger Zeit hatte ich irgendwoher einen One-Shot auf Comicsology geschossen das war irgendwas mit der Next Generation Crew und irgendwas mit den Borg das war ganz nett und dann wurde mir jetzt hier vorgeschlagen auf Comicsology ich solle mich doch mal am Q-Konflikt ja versuchen hab ich gemacht hab ich gelesen und der Patrick der den auch gelesen hat hat er sicherlich auch eine Meinung zu aber ich möchte erstmal kurz zusammenfassen worum es eigentlich geht das Ganze ist ein bei IDW erschienenes Star Trek Crossover von den vier großen Star Trek Serien und vor allem den jeweiligen Crews auf den jeweiligen Raumschiffen hier ist also die komplette Crew um Kirk dabei die komplette also immer Brückencrew vor allem Brückencrew um Picard alles von Sisko also Deep Space Nine und auch die Voyager ist hier im Wesentlichen vertreten und diese vier treffen zusammen ist also schon mal irgendwas was irgendwie ungewöhnlich ist weil es ja auch zu ganz verschiedenen Zeiten spielt wie kann das überhaupt sein ganz einfach der Q also der namensgebende sehr bekannte Dude aus der Serie der in jeder Serie auch irgendwie aufgetreten ist der steht im Krieg im Krieg mit anderen übermächtigen Wesen die haben auch alle irgendwelche Namen das ist aber jetzt auch erstmal egal und dieser Krieg der verschlingt nicht nur diese Wesen quasi als Opfer sondern eben auch die Planeten die so bei uns im Weltraum existieren auf denen die aus Star Trek bekannten Alienrassen auch leben und da explodieren Sonnen und das fällt natürlich irgendwann auf dass da Sonnen explodieren und vor allem deutlich häufiger und mehr als das sonst so tun und aus genau dem Grund analysiert die Next Generation Crew was hier eigentlich so los ist kurzum es gibt einen Swoosh oder einen Zap oder was auch immer und unsere vier Crews werden von Q zu einem Spiel eingeladen dieses Spiel ist wenn man so will ein Stellvertreter Krieg jede der insgesamt vier übermächtigen Rassen die es gibt eine davon ist Q wählt sich eine der vier Star Trek Crews aus die für die in verschiedenen Spielen quasi gegeneinander antritt und die Gewinner des großen Spiels sind dann die Gewinner dieses Krieges und es ist ein bisschen absurd klar das muss man halt schlucken also diese ganze Logik die dahinter steht die wird halt mit Q erklärt und weil Q halt alles kann und alles macht ist es halt so wie es ist Q ist ja auch eine Figur die ist ein bisschen verspielt die ist ein bisschen irrational und deswegen bin ich bereit hier vieles zu akzeptieren fühlt mich auch sehr gut unterhalten und gerade auch weil die Crewmitglieder selbst und ganz vorne mit dabei eigentlich alles um die also natürlich alle Captains die da auf den Schiffen sind als natürlich auch die komplette TNG-Crew die immer sehr rational vorgegangen ist soweit ich das einschätzen kann die hinterfragen ganz oft warum sie jetzt hier tun sollen was sie tun sollen ob dann wenn sie das eine tun nicht das und das zum Beispiel ausgelöscht wird oder stirbt oder so also es gibt schon diesen Moment wo dann stellvertretend auch wieder für die Lesenden gefragt wird wie sinnvoll das eigentlich ist was man da gerade so durchzieht aber im Endeffekt ist das hier ein großer Spaß der bei Panini auf Deutsch erscheint ich habe ihn wie gesagt auf Englisch digital gelesen mich gleich mal informiert das war bei Crosskalt ne ich habe das bei Panini gesehen und ich habe die Crosskalt Version ja interessant also ich habe das auf jeden Fall bei der Panini Website gelesen gucke ich gleich nochmal weil da nehme ich im gleichen Atemzug für mir auch wie wenig Star Trek Comics ist eigentlich bei in dem Fall war es wirklich Panini gibt es oder gab also wobei das könnte gerade zur Korrektur gehen ich habe es zwar im Shop gesehen du hast recht Crosskalt aber auf der Panini Shop Seite gesehen also man kann das da wohl bestellen ok also es sind trotzdem nicht viele die meisten Star Trek Comics die ich hier auf Deutsch finden konnte und letztlich auch hier auf Comixology auf die Schnelle sehen konnte sind vor allem Comics zu diesen aktuellen Filmen die es gibt also die nochmal mit der Neubesetzung quasi arbeiten und da Geschichten erzählen und es sind doch relativ wenige mit den alten Crews das also wirklich das sind keine 10 Stück keine 10 Trades was mich sehr überrascht ich hätte jetzt eher vermutet dass es eine laufende Serie gibt mit irgendwelchen Star Trek Figuren und ich weiß dass es ein oder zwei Discovery Comics auch gibt naja sei es drum das ist auf jeden Fall noch nicht so ein Franchise in das ich abtauchen könnte wie zum Beispiel auch ich das bei den Power Rangers getan habe und aber so ein bisschen ging mir trotzdem ganzen Quatsch Hokuspokus whatever mir geboten wird ging mir schon das Herz auf also wir sehen ja alle Figuren nochmal die sind nahezu alle auch optisch wirklich gut getroffen es gibt selten mal Ausfälle wie Chief O'Brien zum Beispiel also gerade beim ersten Auftritt von Chief O'Brien sieht aus wie ein aufgequollener Alter also so schlimm sah er nicht aus in der Serie das war nix aber insbesondere wenn die Figuren miteinander interagieren und das tun sie ja in den Serien nahezu nie beziehungsweise nur eben in den Kickoff Folgen das ist halt toll wenn die Captains miteinander sprechen die sich natürlich teilweise wiedererkennen hier wird Captain Janeway noch als Captain Janeway angesprochen die Picard zumindest im Zeitpunkt zu dem der Comic spielt aber schon als Admiral Janeway kennt und so das ist ganz cool und wenn dann obendrauf noch unser Captain Kirk auf die Bildfläche kommt der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und ich glaube der hatte von Q noch nicht gehört der hatte von einem der anderen übermenschlichen Wesen schon gehört wenn der dann dazu kommt und sich mit allen aber irgendwie gut versteht und einen flotten Spruch auf den Lippen hat das macht wirklich Spaß das lese ich gern und das hat mich insgesamt hat mir das einfach sehr gut gefallen das war ein Comic den konnte ich super gut weglesen es war ein bisschen ein nach Hause kommen gerade weil auch nicht ich habe auch ein bisschen Quatsch erzählt ist nicht so dass jede Crew stellvertretend für eine der Übermächte steht nein die Crews werden noch gemischt und eigentlich steht der Captain oder die Captains ermöglicht die wir in der Form auf keinen Fall irgendwo in irgendeiner Serie gesehen haben das macht wahnsinnig viel Spaß und war toll klare Empfehlung für Star Trek Fans die ihre Figuren mal in Comic Form sehen wollen und die nicht zu hohe Ansprüche an komplexe Storys haben Patrick wie hat dir der Comic damals gefallen kannst du dich noch daran erinnern ich kann mich sehr gut erinnern weil ich den als Vorbereitung für diesen Cast jetzt sagen wir vor zwei Stunden mal gelesen habe das kann ich mich da sehr gut erinnern von der durchgeknallt hat hat das ganze fast schon eher was von Lower Decks was da an Ideen abgefeuert wird ist das eher schon Lower Decks ich mag die Interaktionen auch gerade die erste Enterprise Crew die liegt ja 110 bis 120 Jahre in der Vergangenheit also konnten die bis auf ein paar Ausnahmen gar nicht mal so viel miteinander interagieren also die haben noch nie was von den Bock gehört die haben nie was von Q gehört für die ist das alles komplett neu was da passiert und trotzdem sind das dann so schöne Momente wenn dann PK statt mit Data dann auf einmal Spock neben sich hat und sich mit dem austauscht dann merkt man dann auch wie ähnlich sich Data und Bock sind weil Data quasi der modernisiertes Bock war und gerade in Sachen der Dialoge ist es ja so dass dann das interessant ist wenn die Crewmitglieder oder die Captains miteinander reden oder auch wenn Q ist ja auch dafür verantwortlich dass die Borg überhaupt auf die Next Generation gestoßen ist die wären eigentlich auch eine der hunderte in der Zukunft gewesen und Q ist halt so ein Spielkind das haben sie auch in dieser Futurama Folge ganz gut mal dargestellt in der letzte Trackie dass Q eigentlich so ein Spielkind ist dessen Eltern nie auf ihn aufpassen und der hat sich innerhalb von diesen Serien und innerhalb von den Jahrhunderten ganz gut entwickelt und ich hab dann erst gedacht untergräbt das nicht seine Entwicklung die er in diesen ganzen Serien geführt 20 30 Staffeln hatte nie zumindest da sind sie am Schluss irgendwie halbwegs logisch aber die Logik sollte man dabei trotzdem nicht hinterfragen weil es einfach Fanservice vom Feinsten ist der einfach Spaß macht und einfach nur unterhalten will genau genau das tut er auch vielleicht noch mal kurzer abschlecher zum Artwork das halt wie gesagt zweckmäßig ist und gerade wenn es um Gesichter geht oder so im Regelfall sehr gut gelungen ist eine Sache fällt mir auf und zwar wenn es um die Farbe schwarz geht und die flächige kolorierung von schwarz und das sehen wir zum Beispiel wenn wir uns vorstellen mal erinnern an die Voyager Crew und deren Uniformen das war und das hat so kleine weiße Punkte drauf und das ist faszinierend hat natürlich eine Parallele zum Weltraum und den Sternen drauf und gleichzeitig wirkt es als wäre da so eine kleine aber feine Staubschicht auf den Leuten drauf das fand ich ganz cool ist aber auch in Spocks Haaren die auch tief schwarz sind eine sehr interessante Kolorierungs Entscheidung die getroffen worden ist ansonsten krisselbunt alles total bunt und boom push bang und es ist wirklich es ist faszinierend und nimmt sich trotzdem ernst und wirklich alle Figuren und ich will nicht zu viel verraten welche das sind treten auf es macht Spaß wie viel Star Trek Fan bist du eigentlich Breedstorm ja ich würde mich jetzt nicht als Trekkie bezeichnen aber als wohlwissender Kenner der die meisten Serien auf jeden Fall gesehen hat der alle Filme gesehen hat und der auch alles zuordnen kann was so gängig ist und Q ist ja als Mixelpixel von Star Trek ist natürlich eine sehr bekannte Figur gerade in The Next Generation hat er natürlich einiges gerockt und sich ein Fan Status da erarbeitet ganz klar vielleicht zu recht und Andi was ist mit dir ich bin so ein 90er Jahre Star Trek Fan also ich hab so nach Deep Space Nine kenne ich nicht mehr alles als Kind mit der Originalserie aufgewachsen und dann halt Next Generation und Deep Space Nine als es original ausgestrahlt wurde geguckt und ja seitdem ein bisschen was von dem ein bisschen was von dem aber nicht mehr alles gesehen und dann so in andere Medien wie jetzt Roman oder Comics hab ich noch nie reingeschaut Wer also Bock hat sich mal wieder in das Star Trek Franchise entführen zu lassen zwar auf die gute alte 90er Jahre Art oder Anfang 2000er Art dem kann ich diesen Comic wärmstens empfehlen ja das war's von meiner Seite aus und nun kommen wir zum letzten Einzelcomic diese Woche vom lieben Breedstorm ja wieder eine Fortsetzung vom guten Spiru und zwar der Band Spiru oder die Hoffnung Teil 3 die in der Reihe Spiru und Fantasio spezial erschienen ist die anderen beiden Bände hatte ich ja auch schon vorgestellt deswegen gehe ich nur kurz darauf ein also wir erleben hier Spiru und Fantasio in den 40er Jahren wo Belgien besetzt wurde von der Wehrmacht und wie erleben wie ja Belgien und auch andere Länder dann eingegliedert wurden ins deutsche Reich und da plötzlich ganz neue Regeln gelten für die Belgier und wie reagieren Spiru und Fantasio da drauf wir haben erlebt dass Fantasio als Soldat versucht hat zu kämpfen was natürlich gegen die große Übermacht vollkommen unmöglich war deswegen hat er das auch nicht lange betrieben da wäre die Geschichte sehr schnell zu Ende gewesen wenn man das auserzählt hätte sondern die beiden haben sich dazu entschlossen so eine Art Puppentheater zu machen gegen die Besetzung durch das Deutsche Reich im Endeffekt und es zeigt sehr viele Ausschnitte aus dem Leben in Belgien aus der Zeit und eine große Stärke von den Bänden war bislang immer dass die sehr viele Kleinigkeiten erzählt haben die man vielleicht als deutscher Leser nicht auf der Pfanne hat regionale Gegebenheiten Dinge Infos die man vielleicht vorher nicht hatte weil hier in Deutschland ist die Berichterstattung natürlich eher über die Sachen die dann tatsächlich auch in Deutschland passiert sind im Zweiten Weltkrieg und weniger in den besetzten Gebieten im letzten Band haben wir dann gesehen wie Spiro und ein jüdischer Junge in einen Zug verfrachtet worden der Richtung Auschwitz gehen sollte wobei der Band auch darauf eingeht dass die die Juden das in Belgien zumindest nicht wussten wo sie dahin kommen weil sie zunächst in normale Personenzüge gebracht wurden und nicht in Viehwaggons wie das dann im späteren negativen also aus deutscher Sicht negativen Verlauf des Krieges war wo man einfach Viehwaggons benutzt hat um Menschen zu transportieren und zu dieser Zeit war es aber auch so dass viele dann noch entkommen konnten weil einfach ein Personenwagen nicht so gesichert ist wie ja wie ein wie ein Transportwaggon ganz klar und es ist so dass ich dachte jetzt kommt die Phase wo es aufhört mir zu gefallen weil eigentlich der Band bislang mit ja mit vielen realen Sachen äh oder Gegebenheiten geglänzt hat und nicht die große Action und wir fahren jetzt nach Berlin und hauen Hitler auf die Fresse oder sowas wie wir es natürlich bei Captain America und so gesehen haben sondern dass er einfach kleine Geschichten aus dem Umfeld in Belgien auch erzählt hat was sich dazu getragen hat und ich dachte okay jetzt wenn es dann in Richtung Auschwitz geht können sie das durchziehen oder können sie das nicht durchziehen aber Spoiler natürlich sie also sie schaffen es auch aus diesem Zug zunächst zu entkommen und es kommt nicht zu diesen ja Spektakel Spiro und Fantasio wo ich schon eine gewisse Angst davor hatte weil das hätte einfach die die ganze Story in ganz andere Richtung gedrückt und mir nicht so wunderbar gefallen ganz klar stattdessen haben wir dann Spiro der versucht als Pazifist weiter damit klar zu kommen dass sein Land besetzt ist und was macht man als Pazifist wenn man das nicht schafft die Besetzer dann anzugreifen weil man keine Waffen benutzen möchte also er schließt dann mit einigen Bekannten zum Beispiel auf die Bahnhöfe zu gehen und die Waggons mit denen Juden und andere in KZs gebracht werden sollen so zu manipulieren dass die drin entkommen können also er versucht darin zum Beispiel Werkzeug zu deponieren weiterhin versuchen sie zum Beispiel auch die hungrige Bevölkerung zu ernähren sie haben ja Kontakte zu einem Bauernhof wo insgeheim weiter sehr sehr viele Lebensmittel zusammengetragen werden ob das jetzt durch Anbau ist oder durch Schlachtung also es gibt eine Art geheime Schweinezucht im Wald und sie bringen das halt durch ihr Theater dann zu den Leuten was auffällig ist und wo ich glaube dass es für manche vielleicht die normalen Spiro erwarten viel zu lang ist es gibt unheimlich viele Nebencharaktere also allein auf dem Bauernhof gibt es vier fünf Personen die alle eine eigene Background Geschichte haben die alle ja eigene Dinge machen in der Stadt gibt es Freunde von ihm es gibt so eine Kinderbande mit denen er sehr gut zurechtkommt es gibt ein jüdisches Ehepaar was sich auf dem Dachboden versteckt hat also er hat da ein riesiges eine riesige Sammlung von Figuren geschaffen und ich glaube wer da so ein Action-Ding von Spiro erwartet der wird da wahrscheinlich nicht gut mit zurechtkommen mir hingegen hat es sehr gut gefallen speziell weil der Band es auch hier wieder geschafft hat mir Sachen zu vermitteln die ich noch nicht wusste zum Beispiel war mir jetzt nicht im Einzelnen klar wie die Deportation von Juden jetzt in Belgien abgelaufen ist und zwar wurde angeordnet von den Besatzern dass letztendlich die Juden das selber zu organisieren haben also es ist ganz klar die haben ein Komitee aus Juden eingesetzt die bekannt waren aus der Kirche aus der Synagoge von denen und diese mussten dann selber die Deportation organisieren und deswegen hat das eine Zeit lang natürlich auch sehr gut funktioniert weil die Benachrichtigungen dass sie weiter in den Osten verfrachtet werden sollen zu irgendwelchen Arbeitsdiensten von Leuten aus der eigenen Gemeinde bekommen haben also so eine perfide Taktik einzusetzen ist natürlich also das ist natürlich menschenverachtend aber es wurde hier sehr sehr gut erklärt und auch im Anhang gibt es wie immer dann konkrete Infos dazu was die ganze Sache zum Beispiel abrundet und es geht einfach im Kleinen auf sehr sehr viele Dinge ein zum Beispiel über Spitzel wer spioniert vielleicht für die Gestapo wer ist vielleicht im Widerstand was kann man machen um Widerstand zu leisten solche Themen oder er thematisiert natürlich auch die Bombardierung von Brüssel durch die durch die Alliierten denn wie gesagt gab es viele Wehrmachtssachen die in Brüssel halt auch stationiert waren und da natürlich gab es da auch Kollateralschäden und das ist auch so ein Ding was du in so einem Ami-Comic sehr selten sehen wirst dass natürlich auch immer in so einem Krieg wenn du Krieg führst dass da natürlich auch immer Unschuldige und vielleicht die Zivilbevölkerung des Landes was du befreien willst mit drunter leiden und auch solche Szenen also das Spiro wird hier gerade zum zweiten Mal bombardiert und wacht in den Trümmern das ist schon sehr gut gemacht gewesen zum Beispiel und auch da hat er eine sehr wo du sagst gerade Wesen mit Flügeln fallen auf die Erde also es gibt da drin auch ein sehr eindrucksvolle ein sehr eindrucksvolle Panels wo er im Delirium liegt und sich selber als Engel so über die Trümmer fliegen sieht und ein paar Davidsterne fliegen da noch durch die also es ist ganz so ein Delirium in dem er da ist und es ist einfach sehr gut gemacht ich ja also ich muss mich echt wiederholen glaube ich nach dem was ich letztes Mal schon gesagt habe aber ich da schon ich habe da schon Interesse dran das scheint ein Spiruban zu sein oder eine Reihe jetzt sind ja drei die ich echt lesen möchte also ich bin überzeugt aber das war ich beim letzten Mal auch schon das wäre ja nichts Neues ich könnte mir vorstellen Andi und Patrick dass ihr jetzt auch nicht viel zu ergänzen habt außer dass es wahrscheinlich immer noch interessant klingt oder ja es ist immer noch auf der Liste es ist immer noch interessant ich habe eben abge sprich du erstmal nur gesagt das ist immer noch auf der Liste so für irgendwann mal ja genau ich habe auch darauf abgewartet bis diese Story abgeschlossen ist weil ich bin sagen wir mal eher so der Binger das war es Andi auch sehr gut dass ich dann Sachen durchbinge wenn sie gerne durch sind deswegen jetzt wäre so der Zeitpunkt wo ich sage okay jetzt setze ich mich da gerne mal dran und gucke wie das auf mich wirkt ich habe ja durch den Breastorm wirklich einiges an Biru Storys gelesen und Biru schafft es seit 1938 sich immer wieder neu zu definieren etwas was er Asterix immer noch voraus hat auch da wiederhole ich mich eben es klingt wirklich super interessant ja ich möchte ergänzen dass die Storyline noch nicht abgeschlossen ist ich hatte es auch so im Kopf weil das gerade auch gepasst hätte aber es ist ein Fortsetzung folgt noch unter Emil Bravo gibt auch im Interview im Anhang dass das wahrscheinlich solche Projekte würde in seinem Leben wahrscheinlich nicht mehr so oft machen weil sie halt wirklich umfangreich sind aber auch hier ist es wieder der Band hat 16 Euro gekostet was für ein Carlsen Band ja recht viel ist aber der hat natürlich auch 120 Seiten und gerade in diesem Format wie er zeichnet da ist eine Seite eine Albenseite ist auch ungefähr hat auch ungefähr den Umfang wie vom Trade Paperback zwei Seiten also da kriegt man schon jede Menge fürs Geld da werden ja diese Konventionen wirklich gesprengt dieser normale franco-belgische Sammelband oder das Album das hat 48 Seiten mit 120 Seiten sprengt das den Rahmen schon und dann ist das auch noch der dritte Teil einer Fortsetzungsreihe das ist wirklich super interessant mega ja dann ist der Umbruch zu dem was wir jetzt vorstellen wollen was wir alle gemeinsam besprechen weil wir es alle gemeinsam gelesen haben schon ziemlich radikaler denn es sind soweit ich das jetzt mal so behaupten kann Kindercomics die wir heute hier und jetzt vorstellen wollen vom lieben Marville und die erscheinen nirgends anders als bei Reprodukt was genau das eigentlich ist ich glaube da gehen wir hier mal chronologisch durch weiß nicht ich fange mal bei dir an Breedstorm vielleicht kannst du uns mal einen der Comics rausfischen und sagen was das eigentlich ist was wir da gelesen haben ja also es sind beides Kindercomics aus dem von Marville und Marville haben wir in dem Podcast schon relativ oft vorgestellt und wir lieben ihn also zumindest der Andi Preller liebt ihn ebenso weil er wie viele andere Zeichner aus dem goldenen Jahrgang 1976 ist und einfach gutes Zeug abgeliefert hat im Laufe der Jahre ich war zunächst irritiert weil es sich ja doch um Kindercomics handelt so ein bisschen und wenn du mir den Namen nochmal sagst weil ich habe es gerade natürlich weil es elektronisch hat nicht vorliegen das war zum einen Mauerleiter Bauarbeiter von Marville und dann noch Powerprinzessinnen Patrouille ja also die Powerprinzessinnen Patrouille PPP habe ich als ersten davon gelesen und ja wir haben drei Geschwister die ja Prinzessinnen sind und gewisse Abenteuer erleben in diesem Band aber auf eine besondere Marvel Art wir haben in dem Lucky Luke Band von Marvel ja schon gesehen wie er den interpretiert und auch die Prinzessinnen Abenteuer die interpretiert er natürlich auf seine Weise es gibt einen Kampf gegen Drachen und auch der ist ein bisschen anders als man das sich gemeinhin vorstellt und ja wenn ich sage Kindercomic ist es vielleicht nicht ganz treffend weil es jetzt nicht im Stil vom Pixiebuch gemacht sondern schon wirklich klar im Marvel Stil das sieht man allein an den Prinzessinnen die er uns da zeigt die ganz klar Figuren sind die er auch sonst schon gerne mal gezeichnet hat also wir wissen aus den autobiografischen oder pseudo autobiografischen Comics was auch immer von Marvel die seine Jugend so ein bisschen bezeichnen kennen wir sehr genau die Zielgruppe die er bei den Damen verfolgt und bei ihm ist es tatsächlich also wenn er wenn so wenn jemand so einen Pferdeschwanz hat und die Haare so halb ins Gesicht hängen das ist genau sein Beuteschema und eine von den Prinzessinnen sieht natürlich noch genauso aus die anderen sehen ein bisschen anders aus aber der Marvel Fan wird da aus diesen Comics um das ganze abzurunden jede Menge rausziehen können was er aus anderen Bänden kennt und diese diese Anspielung die er einfach da drin hat die sind halt der Spaß die mir als Fan von seinem Werk halt wirklich sehr gut gefallen haben das da gibt es noch einiges was da an Anspielung drin zu holen ist die Geschichten oder die Figuren finden sich ja dann in dem Bauarbeiterband auch wieder aber dazu kann vielleicht jemand anderes was sagen fangen wir doch bei dem an Andi würdest du sagen die Frage ist natürlich total als absichtlich so gestellt das ist ein Comic für Mädchen das ist natürlich ein Comic für alle also wie Marcus Breedstorm gerade schon gesagt hat zeichnerisch über Kritik weitestgehend erhaben wenn man Marvel Zeichnungen mag auch toll koloriert also ich finde es sehr sehr ansprechend gestaltet was die Geschichten angeht es sind halt moderne Geschichten die auch so mit Geschlechter Klischees spielen also das jetzt hier eben die vermeintlich klassischen Prinzessinnen eben nicht wie klassische Prinzessinnen daherkommen dass der Prinz nicht der Helden Prinz ist in den sich die Prinzessinnen dann verlieben und das alles eben für eine moderne Generation an Nachwuchs geschrieben und gestaltet ist und auch ich habe das jetzt gerne so gelesen weil ich eben natürlich auch Marvel Zeichnungen mag es sieht einfach hübsch aus beim digitalen Durchblättern das einzige was mich ein bisschen stutzig gemacht hat bei beiden Bänden war so der Umgang mit der mit der Beschriftung von allem was auf so einer Seite zu sehen ist in beiden Bänden so dass bei den Prinzessinnen viel mit dem Buchstaben P gespielt wird und alle Gegenstände die irgendwie so auf seiner Seite zu sehen sind dann eben mit einem P-Wort beschriftet sind und erklärt sind und bei dem Bauarbeiter ist das dann mit dem Buchstaben B da müssen vielleicht die Eltern unter uns was was drüber sagen ob das irgendwie einen pädagogischen erzieherischen Mehrwert hat mich hat es nur mehr so mit der Frage zurückgelassen und was ist mit all den anderen Buchstaben aus dem Alphabet kommen da jetzt dann auch noch die Bände damit ich dann meinem Nachwuchs das komplette Alphabet mit Marvel Bänden beibringen kann auf mich wirkt es erstmal so ein bisschen willkürlich dass ich jetzt P und B lerne Das ist eine interessante Frage und ich weiß dass Breedstorm das ja auch in der Gruppe so ein bisschen gefragt hat wie es jetzt genau mit der Zielgruppe aussieht und das ist so ein Punkt an dem man das vielleicht festmachen kann währenddessen das jetzt hier ja handlungen hier hier jedoch gibt es ja auch keine also warte mal jetzt will ich keinen Quatsch erzählen gibt ja schon Panels das gucke ich jetzt mal genauer rein bevor ich was falsches sage aber währenddessen das eine so ein Comic mir scheint ein Comic zu sein für Kids um dieses 6 7 8 9 sind so diese anderen Bilder also diese wenn man so will Wimmelbilder wo dann auch diese Worte neben dem was man sieht stehen wo ich eher kleineres Kind holen würde und würde mit dem Kind drüber sprechen hier was siehst du denn da und daneben ist vielleicht das Wort noch und so das wäre also eher so eine noch jüngere Generation als ich den sonstigen Comic eingeschätzt hätte geht dir das ähnlich Breedstorm wie gesagt ich habe das mit meiner Tochter angefangen zu lesen aber leider ist hier in diesem Hause die das allgemeine Interesse zum Lesen zu meinem Bedauern nicht sehr hoch aktuell das ich ich versuche da auch einzugreifen aber es funktioniert leider nicht es gibt zu viele Ablenkungen für die Mädels okay also grundsätzlich schon was zum Vorlesen geeignet aber hat das in eurem speziellen Fall vielleicht nicht geklappt ich würde vielleicht auch sagen dass wir haben es ja elektronisch dankenswerterweise lesen dürfen aber ich glaube auf Papier wäre das vielleicht nochmal eine andere Nummer gewöhnen wenn ich meine du kennst es ja auch mit dem wenn die daneben liegen und auf dem Laptop gucken oder auf dem Tablet oder was auch immer also diese Erfahrung mache ich schon natürlich die haben auch Interesse irgendwas an elektronischen Sachen zu machen zum Beispiel am Tablet aber dann ist es nicht das Lesen tatsächlich was die dann machen und wenn du jetzt also wenn die Situation bei euch eine andere wäre würdest du dann mit deinem Kind auch beide lesen oder hättest du je nach eventuell im Geschlecht eine Präferenz gehabt weißt du wie also hättest du das blaue Buch deinem Jungen gegeben und das picke deinem Mädchen also tatsächlich kann ich bei Jungs nicht so mitreden aber das Thema Prinzessin spricht natürlich meine Mädels stark an ob ich das will oder nicht das ist einfach so da kann man 20 mal sagen die können ja auch Bauarbeiter werden aber die Realität zeigt uns dass der Wunsch dazu vielleicht nicht ganz so groß ist Patrick hier in dieser E-Mail die ich gekriegt habe in der PR E-Mail von Reprodukt wie gesagt dankenswerterweise noch mal der Hinweis dass wir die PDF bekommen haben vor einiger Zeit schon die beiden Hefte sind am 3. November 21 erschienen und wenn ich das richtig sehe erscheint demnächst auch noch was quasi vergleichbares namens Papa macht alles falsch auch von Marvel sind gelb in diesem Fall und da steht hier in der Presse Mail drin Mauerleiter Bauarbeiter und Power Prinzessinnen Patrouille sind verschmitzte Kinderbuch Parodien voller Gags und liebevoller Details die Rollen und Geschlechter Klischees völlig auf den Kopf stellen und da an dich die Frage ob diese Klischees wirklich deines Erachtens auf den Kopf gestellt worden sind oder ob es die gar nicht mehr so gibt diese Klischees wie sind deine Einschätzungen gewisse Kinderbuchmechaniken werden trotzdem bedient also man kann schon anhand der PDFs erahnen dass das in so einem kleinen Kinderbuch Format ist man merkt auch dass man versucht den Mädels oder den Prinzessinnen auch so ein paar Männer Attribute zuzuschreiben während die Kerle quasi dann nach der Arbeit zum Shoppen in die Boutique gehen wo ich dann auch gemerkt habe okay das ist jetzt schon irgendwie lustig dadurch bricht Marvel auf seine Art die Erwartungen und das ist ein lobenswerter Ansatz dass er das ganz durchbrechen will ich hatte da auch mal Spaß mit und ich verstehe diese Anspielung ich persönlich mag eben Marvels normale ja sagen wir nicht seine erwachseneren Comics mehr Kinderland oder Lucky Luke und was er sonst nicht geschrieben hat aber für das was es sein will ist es ein unterhaltsamer spaßiger Comiker bei mir ist das auch ins Gedächtnis gekommen will der uns jetzt alle Buchstaben so näher bringen mit diesen Alliterationsbomben die er da auf den Tisch haut mir hat nur noch gefehlt so das liebe Kinder ist eine Alliteration das hat irgendwie gefehlt aber diese Erwartung noch mit den Drachen und so das fand ich eigentlich ganz spaßig für ein Kinderbuch ich kann es verstehen dass Marvel auch da die neuen Leser quasi heranzüchtet und ich finde das auch nicht verwerflich ja ich kann mich da insgesamt anschließen ich habe die beide ratzfatz durchgeballert die sind ja auch wirklich nicht sehr lang wie viele Seiten sind das 12 Seiten wahrscheinlich mit Backcover also jeweils Doppelseiten das ist schon ratzfatz gelesen macht mega viel spaß hier ist dann auch zum beispiel mal so ein Irrgarten den die irgendwie langlaufen müssen den kann man dann nachverfolgen und so ist alles ganz toll und viele schöne Farben also Kolo gefällt mir wieder ist sehr hell alles und sehr ansprechend irgendwie und das Ganze ist übrigens ein Lesealter ab 6 empfohlen kostet 10 Euro ich muss korrigieren das sind 32 Seiten auf 17 mal 17 Zentimetern im Hardcover und das ist auch ein schönes Geschenk finde ich so kann ich mir das sehr gut vorstellen dass es da durchaus Kinder geben könnte die sich über diese Comics freuen von einer deutschen Comicgröße namens Marvel und es ist wirklich ein netter Ansatz dass man hier wirklich die Konvention durchbrechen will dass das quasi ein Crossover ist also damit kann man Kindern auch erklären was ein Crossover ist weil diese Charaktere ja alle aufeinander treffen ich frage mich halt echt was da noch an Rollen Konvention wirklich noch aufgebrochen werden muss also ja der Bauarbeiter zum Beispiel der Dude in dem es geht also zwei 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 Klischees die offensichtlich gebrochen werden ist ja zum einen dass er halt sehr auf sich und sein Äußeres achtet ja da weiß ich nicht wie zeitgemäß das noch ist ich bin hier vorhin in der Innenstadt lang spaziert mit meinem kleinen Kinderwagen und da kommen mir schon ein paar sehr nette Junge und auch ältere artrette Bauarbeiter entgegen also weiß ich nicht ob das noch so zeitgemäß Ende sagen wir mal er sein Glück in der Familie findet und sie halt eher so die Kohle mit heimbringt das ist alles schön und gut ja ich weiß nicht also ja es ist wahrscheinlich besser als Comics die es nicht machen aber ob das jetzt noch so neu ist da tue ich mich schwer mit ich würde aber sagen das ist im Prinzip aus Sicht der Kinder dargestellt also schon allein wie die erwachsenen Bauarbeiter Comic miteinander riechen oh du hast du hast dich mit ihr getroffen hast du sie auch geküsst und so also im Prinzip stellen sich so Kinder vor wie sie wie die Eltern den Arbeitsalltag verbringen so habe ich mir das erklärt ja also wirklich oft in einer kindlichen naiven Sicht vielleicht kriegen wir noch die Buchstaben C und H wenn wir noch einen Cowboy und einen Häuptling dabei hätten dann könnten sie fast schon YMCE machen das ist ein sehr guter Ansatz Dankeschön ja aber es ist interessant auch ne also Marvel hat ja generell ein tolles Portfolio und davon erscheint ja vieles bis alles bei Reprodukt und dass er da eben auch diese Kinderzielgruppe bedient das finde ich ganz toll eben nicht nur das erwachsene Publikum und das gelingt ihm auch wirklich sehr gut also von mir aus kann der jetzt gerne auch noch wie viele Buchstaben sind das im Alphabet 26 da kann er jetzt gerne noch die 24 anderen Buchstaben bedienen er hat doch das mit dem Papa schon angekündigt also wären es noch 23 ja aber da ist ja die spannende Frage welchen Buchstaben er sich hier ich glaube das ist nicht in der Reihe also ich glaube das scheint eher wieder was autobiografisches zu sein soweit ich das jetzt so peripher wahrgenommen habe also ich glaube das ist nicht so ein so ein Buchstaben Band äh ja weil Abmessung Preis und Anzahl der Seiten würden passen also ich hab neulich kam ich hab da den Link glaube ich hab mal in die Gruppe gesetzt gab mal so ein Fernsehbericht mit ihm und da sieht man wie er auch eine Seite von dem neuen Band zeichnet und ich meine mich zu erinnern dass er da wieder also dass Papa er ist also dass Mawil mit Tochter glaube ich in diesem Band eben auftauchen deswegen vermute ich dass er jetzt inhaltlich nicht diesen Buchstabensalat da weitermacht cool prima dann wir haben echt ne Menge zu diesen beiden doch recht kurzen durchaus verschenkbaren Kindercomics gesagt und haben wir noch irgendwas vergessen bevor ich jetzt abmoderiere ja wir können ich habe noch einen kleinen Nachklapp zu Star Trek mittlerweile ist Will Wheaton älter als Jean-Luc Picard am Anfang bei The Next Generation Dankeschön ich weiß nicht wie ich das einbauen soll aber das ist gut dass du nochmal gesagt hast ich glaube ich lasse das ganz genauso drin Patrick sorry cool ja dann von mir nochmal der Hinweis dass Angoulême ein nicht ganz unbedeutendes europäisches Comicfestival verschoben worden ist und aus genau dem Grund habe ich ein bisschen Bammel bin aber trotzdem guter Dinge und drücke ganz fest die Daumen dass wir in diesem Jahr 2022 trotzdem den internationalen Comic Salon in Erlang haben werden und da mein gern überall gedroppter Hinweis dass Hotels in dem Zeitraum immer sehr begehrt sind und falls ihr drüber nachdenkt da hinzufahren und falls ihr ein Hotel brauchen solltet dann ist meine freundliche Empfehlung dass ihr auf jeden Fall jetzt schon eine kostenlos stornierbare Hotelbuchung abgebt früher ist besser als später und kostet ja nichts wenn man es stornieren kann kostenfrei das ist mein Breedstorm Tipp weil es ist günstiger kostenlos zu stornieren als gegen Geld so Jungs schön war es lieber Andi lieber Breedstorm lieber Patrick vielen Dank Tschüss bis zum nächsten Danke auch Adieu Bis dann Adios bis zum nächsten too Gau-gau-gau-gau-gau-gau-gau